Hallo, mein Name ist Tom und dieses Video ist über mich und wer ich bin. Ich bin eine ruhige Person, aber habe keine Probleme aus mich raus zu kommen. Ich bin immer positiv, egal wie die Situation ist und mache das Beste draus. Mich sieht man oft mit einem Lächeln, doch wenn es ernst wird, bin ich konzentriert. Ich bin immer hilfsbereit und versuche aus jeder einzelnen Person das Beste rauszuholen. Ich bin sehr sportlich und Sport ist ein wichtiger Teil meines Alltags. Durch meinen Sport bin ich auch zu einem Teamplayer geworden, im Sport aber auch abseits des Sportes. Es macht mir immer eine Freude, mit anderen zu arbeiten. Dazu höre ich gerne andere Personen zu und bin immer offen, um neue Sachen zu lernen. Das ist, wer ich bin.